Hallo, kurz zum Thema, was ist die Verwerfungsmethode? Erstmal, das Ziel der Verwerfungsmethode ist, Zufallszahlen zu generieren, die eine bestimmte Verteilung haben. Was heißt das? Sagen wir, ich habe hier einen Graph und ich will eine Verteilung meiner Zufallszahlen haben, die sieht ungefähr so aus. Das heißt, die Zahlen zum Beispiel 0 bis 1 sollen sehr häufig vorkommen, die Zahlen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 10 sollen eher weniger häufig vorkommen. Aber wenn ich jetzt ein Computerprogramm zum Beispiel habe oder was anderes, das gibt mir in der Regel eine Gleichverteilung an. Das heißt, alle Werte kommen gleich oft vor. Wir können das hier mit einer Kurve mal darstellen, die würde dann ungefähr so aussehen. Und das Ziel, was ich eigentlich haben will, ist eine Verteilung, die so aussieht. Und man sieht schon, das ist das, was ich hier unten auch gemalt habe. Wir haben eine Zielverteilung, so soll unsere Verteilung nachher aussehen. Das ist unsere gegebene Verteilung und jetzt kommt die Verwerfungsmethode. Was wir hier machen ist, wir sorgen dafür, erstmal ganz wichtig, dass unsere gegebene Verteilung komplett diese Zielverteilung hier einhüllt sozusagen. Das heißt, dass wir nicht aus der Zielverteilung rauskommen. Und dann ganz einfach, wir legen die einfach übereinander und dann nehmen wir das als Schablone. Wir schneiden quasi unsere Zielverteilung aus der gegebenen Verteilung raus. Und das ist, was hier passiert. Wir generieren Werte und immer wenn der Wert innerhalb, unterhalb dieser Kurve ist, unterhalb dieser grünen Kurve ist, dann benutzen wir den Wert. Und wenn der Wert überhalb dieser Kurve ist, dann verwerfen wir den Wert. Das ist die Idee hinter der Verwerfungsmethode. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt Zufallszahlen generiere, dann generiere ich ja keine Zahlen hier auf der Y-Achse. Sondern, was dieser Graph hier uns gibt, ist ja die Verteilung und nicht, also wie oft ein Wert generiert wurde und nicht welcher Wert generiert wurde. Wie das aussieht, nächstes Video.